Servus Leute, ja Tag 2 in Lac Blanc mit Manu, der hockt neben mir im Lift. Hallo, hallo. Ja, so langsam groovt sich echt ganz geil ein, macht richtig Bock, meine Hände sind schon ziemlich am Arsch. Aber trotzdem richtig cool, macht richtig Spaß hier, muss ich auf jeden Fall öfter herkommen. Und ja, ich würde sagen, ein paar Labs einfach für euch, ein paar Ausschnitte von den Trails hier und let's go, viel Spaß euch. Also, ich Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Alter! 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 Manusende! So, der Fall. Lachat. Auch Jumbler eingeladen. Es geht echt ab, der Manu, da muss ich echt gucken, dass ich dranbleiben kann. Ah, jetzt kommt die noch drauf. Droppen! Okay, das ist mir Zuhause, ja Alter, oh, holy shit, how busy to goz. Holy shit, I'm a guy. Ah, man, diese scheiß Kurve, ey. Die geht mir echt auf den Sack. Oh, shit. Oh, shit. Achtung, Manu. Oh, shit. Oh, shit. Alter. Alter, durch. Aber scheißegal, Alter. Koppel durchgeschlagen, alles aber. Der geht das erste Ding. Ich denke, der drückt runter, aber dann zieht der noch alles ins zweite. Okay, süß. Ja. 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 Woah. Oh.